hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren part von super mario 64 ich hab's geschafft ja ich habe die kanone erreicht mit einem art seite sprung quasi geschafft dahin zu kommen und nie mehr nie mehr diese bombe ansprechen doch ein paar parts muss ich sie noch ansprechen und dann war es das auch ich glaube nur noch letzte mal in rainbow die so aufgeht wir müssen erst mal an wie sie wo wir hin müssen da die höhe bestimmen ein stück so in etwa ich glaube das passt auch von der höhe und dann geht es runter dann das müssen wir jetzt auch zwei mal tun leute und dann haben wir es geschafft dann können wir glücklich und mit elan zum nächsten level gehen so erstmal schwimmen ja ich hänge jetzt fest das ist nicht schön ich könnte hier schon eigentlich schwimmen schon alle holen ich mache das aber anders so hier müsste auch der unterste sein ja hier nämlich die müssen jetzt aktivieren so und dann auf die jagd nach den letzten acht rote münzen ich glaube oben ist aber noch einer und auch noch mal gucken so jetzt ist er nach den roten münzen uns angucken ja mit springen kann man das auch da kann man schon einiges regeln nein das leben okay das war nichts so acht rote münzen die sind hier irgendwo genau was weiß ich nicht ja hier muss auf jeden fall einer sein ja auch ich liebe dass wir die wege so ganz kurz sind okay mit einem seitensprung quasi so hier kommt natürlich so hier wo ihr da gerade seht da ist auch eine sechs okay hier sind keine ich habe schon 246 auch noch zwei fehlen okay wo sind denn die zwei jetzt ein band sprung auch geschafft da hinten ist der letzte da haben wir auch geschafft okay noch ist ja der ist schwer wirklich schwer aber super toller wandsprung das wird ein toller wandsprung weil ich jetzt schon okay drehen kamera dreh dich ja so brav ja der springt nicht richtig der kleine will nicht springen ja okay Mario du okay jetzt hängt der kameramann so in etwa so okay ja 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 komm Mario ah komm Mario spring doch richtig ja ja man geht doch geht doch ich weiß nicht wie lange ich das noch aushalten soll ja ich habe wenigstens schon mal den 100 minzenstern mir geschnappt das ist mir für mich der wichtigste in diesen auch ab zum nächsten sag ich nur so dann holen wir uns noch den einen stern krieg weiß ich was ich weiß ich was das bedeutet soll wisst ihr was ich nehme jetzt ich habe einen geheimen weg nämlich herausgefunden das hat ihr glaube ich in zwei parts gesehen nämlich hier schwimmt hier unten schnappt sich erst muss man nutzen so und dann so und hier ist egal wo landen wir genau da und dann können wir hier die benutzen dann gehen wir zur wie immer hier anvisieren wo das wird knapp dieses mal oder genau wieder ja genau was gefällt mir und dann ab nach ganz unten so das wird für mich auch heute der letzte stern sein wisst ihr das jetzt habe ich keinen bock mehr heute war auch nicht aufzunehmen mein herz sagt auch schon mal ich muss jetzt was essen so und dann muss ich auch andere parts ausnehmen ja könnt ihr euch ja schon mal schon mal die gedanke machen denn ich habe viel sehr viel hier kriege ich auch glaube schon mal noch ein geheim sterne muss aber gucken wo genau hier okay also ja ich muss das jetzt mal okay dreifach wand sprung das geht nicht so einfach nein so 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 da ist der nächste stern so das ist auch mein letzter stern für heute weil ich habe ja noch eine andere möglichkeit was wird in das nächste level sein was uns erwartet bist du der mir ein stern gibt ja ich glaube du bist es nein dann ist es der hier da der hier gibt mir ein stehen damit man spricht ihn ganz gemütlich er kommt mir ein stern ja er gibt nämlich den stern so dann gibt es erstmal ein stern mit liebe so das wird ein relativ kurzer part so der nächste level ist das hier glaube ich muss mal gucken ich gehe mal kurz rein weil ich muss ja auch ein kleines bisschen die zehn minuten haben ja auf jeden fall das ist der nächste stern ein pilz ja ich weiß ich könnte ihn noch schnell machen aber ob das von der zeit her reicht ob ich das schaffe von der zeit her könnte drei minuten hätte ich noch wenn der mario springen würde kommen mario brav mario ich gehe nicht den normalen weg ich bin jetzt ab normaler auch meine freunde die maulwürfe sind wieder dabei so 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 ich glaube ich mache dennoch schnell der geht ja schnell ich habe ja noch drei minute wie ich gesagt habe so nein du pustest mich nicht ja so auch geschafft oh ja diese passage die da kann man leicht abstürzen was ich gesagt habe ja du weißt du stehst kurz vor dem orgasmus du affe so er steht wirklich kurz vor dem orgasmus der affe der kritisch aber nicht ganz nach unten so noch mal dasselbe war ins wasser mario du vollpfosten ist deine dummheit muss belohnt werden mit mehr dummheit so und dann geht es weiter dann macht deine stamm vertacke mario liebes du liebes etwas ja ja wir waren ja ziemlich gut im weg ich werde trotzdem keine save states benutzen das ist gegen gegen meine mario ehre dann sind skill er ist so spring dahin dann dahin dann mario dann dahin so und dann machst du auf cool und springst so dann macht mario den gefälligsten jump er hat ihn geschafft dann geht es ein stück weiter dann wieder und dann wieder und dann das dann wieder so dann so ich habe kein bis erwarte ich beende den part hier wir sehen uns draußen vor der tür wenn ich jetzt exit kurs mache wir sehen uns im nächsten part euer bayern kieser tschüss bis